Kontrolle der Verklebung zur äußeren Bauernflussfuge. Einige Bereiche ohne Kleberaupe, einige mit, aber ohne Klebewirkung. Verklebung, die ganze Länge, Mangelhaft. Winterer Lichthof, Verklebung, Mangelhaft. Dämmstofffugen und Unterputz ausgebössert. Handputzprofile gestückelt. Zu kurz. Fugen mit Klebe ausgefüllt. Und eineinhalb bis zwei Zentimeter tief. Und eineinhalb bis zwei Zentimeter. Und eineinhalb bis zwei Zentimeter. Und eineinhalb bis zwei Zentimeter. Und eins. Fugen mit Klebe ausgefüllt. Untertitelung des ZDF, 2020